Der Bitcoin ist aktuell wieder in aller Munde und ist auf ein neues Rekord hochgestiegen von über 33.000 Euro bzw. über 40.000 US-Dollar. Hier möchte ich dir also einmal erklären, was hinter dem Bitcoin steckt und auch generell hinter Kryptowährungen und auch natürlich aus Anlegerperspektive drauf schauen, was könnten Gründe sein, jetzt einen Bitcoin zu kaufen, was könnten aber auch Gründe sein, die dagegen sprechen und vor allem auch Risiken, die damit einhergehen. Viel Spaß! Ja, viele werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass der Bitcoin eine ziemlich starke Rally wieder hinter sich hat. Der Bitcoin stand vor einem Monat bei etwa 15.000 Euro und jetzt bei über 33.000 Euro, also eine Verdoppelung innerhalb eines Monats. Das ist natürlich irgendwie ziemlich spannend und rufen natürlich auch wieder unterschiedliche Medien auf den Plan. Ich habe auch gerade gestern gesehen, dass wieder große Tageszeitschriften den Bitcoin auf ihrer Startseite haben und den Menschen erklären, wie sie jetzt auch vom Bitcoin-Hype profitieren können. Was es damit dann womöglich auf sich hat und was das vielleicht für Parallelen zu 2017 sind, wo wir schon mal einen Bitcoin-Crash, aber auch einen starken Anstieg davor hatten, das wirst du dann gleich noch erfahren. Ursprünglich wollte ich heute etwas über das Thema Aktienbewertung und die Vorgehensweise dazu bringen, weil sich das oft gewünscht wurde, aber das wird dann in Kürze kommen. Aus aktuellem Anlass deshalb heute mal über das Thema Bitcoin und Kryptowährung. Zum einen, wie funktioniert das Ganze grob? Das werde ich natürlich jetzt nicht in jedem Detail erklären, weil es teilweise auch sehr, sehr technisch und gar nicht so einfach zu verstehen ist, aber um dir da einen groben Überblick zu geben und dann natürlich aus Anlegerperspektive darauf schauen, was ist die Investment-These bei einem Bitcoin? Gehört ein Bitcoin heute in ein gut gestreutes Depot? Was sind Chancen, aber auch Risiken? Und was für ein Asset ist Bitcoin eigentlich? Also ist Bitcoin jetzt eher ein Vermögensspeicher oder ist Bitcoin eher eine Währung? Oder ist Bitcoin einfach nur irgendein Finanzprodukt, in das jetzt Spekulanten wild ihre hart verdienten Euros und US-Dollars stecken und entweder vermehren oder verbrennen können? Diesen Fragen gehen wir hier mal auf den Grund. Auch in der Academy habe ich gerade einen Deep Dive zu alternativen Anlagemöglichkeiten hinzugefügt, unter anderem auch zu Kryptowährungen. Und auch in den nächsten Wochen werde ich auf Strategy Invest noch weiter in dieses Thema reingehen. Also beispielsweise welches Asset ein Bitcoin ist oder wie man auch durch konkrete Investitionen in Aktien indirekt davon profitieren kann, wenn sich beispielsweise der Bitcoin oder Kryptowährungen besser entwickeln sollten oder auch etablieren sollten. All diese Inhalte findest du also in den nächsten Wochen auch da. Legen wir jetzt aber mal los. Schauen wir also einmal generell auf den Oberbegriff der Kryptowährungen, bevor wir dann zu der bekanntesten Kryptowährung kommen und zwar den Bitcoins. Also es existieren heute über 1000 verschiedene Kryptowährungen. Die meisten davon sind ziemlich klein, gemessen an ihrem Marktvolumen. Die größte ist natürlich der Bitcoin. Kryptowährungen sind also sozusagen digitale Zahlsysteme oder Systeme, über die Digitaltransaktionen durchgeführt werden können. Die Vorteile, die man sich von Kryptowährungen verspricht, variieren natürlich nochmal von Kryptowährung zu Kryptowährung, aber grundsätzlich ein Ansatz, den sich viele teilen, ist, dass sie dezentral funktionieren, also nicht zentral, wie beispielsweise unser Fiat-Geldsystem, also der Euro, der US-Dollar oder der Yen, der auch zentral von Zentralbanken gesteuert wird. Sie sind eben dezentral. Es gibt nicht die eine Macht, die darüber bestimmen kann. Sie sind anonym, auch wenn man sagen muss, dass einige nur eine Schein-Anonymität oder eine begrenzte Anonymität bieten. Dann haben sie keine Gebühren, sollen eine hohe Sicherheit bieten und auch schnell sein bei der Abwicklung. Nachteile gibt es auch und zwar sind die kaum reguliert, eben weil sie dezentral sind. Sie erleichtern natürlich auch Zahlungen für Kriminelle. Beispielsweise ist es immer wieder in den Medien, dass irgendwelche Drogendealer oder Waffenkäufer ihre Käufe über solche Kryptowährungen abwickeln. Dann hat dieses Asset aus Anlegersicht erstmal hohe Wertschwankungen und in der Vergangenheit gab es auch immer mal wieder Kryptowährungen, wo es auch mal zu Programmierfehlern oder auch mal Netzwerküberlastungen gekommen ist. Also auch da haben wir natürlich eine neue Technologie oder mehrere neue Technologien, die da zusammenkommen, die auch gerade am Anfang etwas fehleranfälliger sein können. Wenn wir uns die größten Kryptowährungen anschauen, dann haben wir da vor allem den Bitcoin. Wir haben aber auch sowas wie Ethereum oder Ether oder Bitcoin Cash, also nochmal abgewandelter Bitcoin sozusagen oder auch der Litecoin. Das sind alles auch Coins und Kryptowährungen, von denen man immer mal wieder gehört hat. Und da gibt es eben noch ein paar weitere. Aber die Aufmerksamkeit und auch das Marktvolumen konzentriert sich definitiv auf die Top 3 oder die Top 5. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Top 1 sozusagen, also auf den Bitcoin. Also was steckt hinter dem Bitcoin? Und dann natürlich aus Anlegersicht auf den Bitcoin zu schauen. Der Bitcoin ist also wie Kryptowährungen generell eine digitale Währung und ein weltweit verwendbares, dezentrales Buchungssystem. Das heißt, daran kann erstmal jeder teilnehmen und es ist auch relativ einfach, wenn man es dann beherrscht, beispielsweise einen Bitcoin von Europa nach Afrika oder nach Australien oder irgendwo nach Asien zu schicken. Das ist deutlich einfacher als beispielsweise in unserem aktuellen Netz aus Banken und Institutionen, die eben den Zahlungsverkehr regeln. Was ganz spannend ist, ist auch die Gründungsgeschichte. Und zwar ist der Gründer ein gewisser Satoshi Nakamoto, der 2008 unter diesem Pseudonym das erste White Paper zum Bitcoin veröffentlicht hat. Und das Spannende ist eben, dass niemand weiß, wer das eigentlich ist. Also es gibt immer wieder Gerüchte. Da gibt es auch Leute, die sich als genau diesen Gründer eben ausgeben, die es dann aber wohl nicht sind. Vielleicht ist es auch eine Gruppe an Personen. Jedenfalls weiß man bis heute nicht, wer eigentlich der Gründer von Bitcoin ist, der eben das erste White Paper veröffentlicht hat und sozusagen auch die Code-Grundlage dafür geliefert hat. Schauen wir uns kurz diesen technischen Prozess an. Da gibt es ein paar Begriffe, auf die man immer wieder stößt, wo es zumindest wichtig ist, diese einmal grob einordnen zu können. Also es gibt sogenannte Miner und ein gewisses Mining. Bitcoins müssen quasi hergestellt werden durch das Lösen komplexer Algorithmen, also sogenanntes Mining. Dafür braucht man vor allem Recheneinheiten und da gibt es immer wieder Leute, die sich in großen Anzahl noch Grafikkarten kaufen, um sozusagen an diesem Mining-Prozess teilzunehmen. Sowohl für das Herstellen von Bitcoins, also das Schürfen neuer Bitcoins, aber auch für das Validieren von Transaktionen. Dazu komme ich gleich noch. Was ebenfalls spannend ist und auch ein Hauptinvestmentgrund tatsächlich für viele ist, um das ja schon vorwegzunehmen, Bitcoins sind nach oben hin limitiert. Und zwar auf etwa 21 Millionen Bitcoins. Es kann also nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Aktuell sind wir bei knapp 19 Millionen Bitcoins. Es werden etwa 900 neue Bitcoins pro Tag geschürft. Das heißt, etwa 90 Prozent aller ausgegebenen Bitcoins sind schon im Umlauf. Es kommen also nochmal 10 Prozent basierend auf den 21 Millionen dazu. Zahlungen über den Bitcoin. Also wenn du einen Bitcoin kaufst und auch vielleicht dann einen Bruchteil eines Bitcoins an irgendjemanden schickst, gelten als ziemlich sicher. Und der zentrale Grund dafür ist die sogenannte Blockchain. Dabei werden alle Transaktionen aus einem bestimmten Zeitraum zu einem sogenannten Block, der an vorherige Blöcke angehängt und verschlüsselt wird. Dann kommt irgendwann wieder ein nächster Block dazu, der wiederum angehängt wird. Und die Verbindung zwischen diesen Blöcken stellen sogenannte Hashcodes dar. Und über diese Hashcodes und die Verschlüsselung kann sozusagen die Sicherheit gewährleistet werden. Also sobald beispielsweise der Inhalt einer Transaktion geändert wird, ändert sich auch der Hashcode und man sieht eben, dort wurde etwas manipuliert. Und viele Rechner, viele Miner, die eben Teil dieses dezentralen Netzwerks sind, kontrollieren eben alle Transaktionen. Das heißt, es reicht nicht jetzt auf einem Computer mal eine Transaktion zu manipulieren, weil es allen anderen Teilnehmern im Netzwerk dann auffällt. Und dadurch gilt die Blockchain als enorm sicher und auch der Bitcoin als enorm sicher durch diesen Verschlüsselungsmechanismus und dieses dezentrale System dahinter. Das ist natürlich jetzt an der Oberfläche gekratzt, was da technisch passiert. Aber das sind eben die Grundlagen, wo es in meinen Augen Sinn macht, die einmal zumindest grundlegend zu verstehen. Der Bitcoin hat eben auch einen Preis. Und ja, dieser Preis kommt, wie vieles in der Wirtschaft, durch Angebot und Nachfrage zustande. Wie beispielsweise ja auch beim Gold. Und der Preis, das muss man auch dazu sagen, basiert heute vor allem auch auf Vertrauen in Bitcoin als Kryptowährung oder als ein gewisses Asset. Welches Asset es wohl ist, das werden wir gleich nochmal vertiefen. Das ist also so die Grundlage vom Bitcoin. Was da Bitcoin ist, was da technisch so dahinter steckt. Was man eben trennen muss, ist, dass die Blockchain-Technologie von Bitcoin genutzt wird, die Blockchain-Technologie aber auch Einsatz in ganz anderen Branchen finden kann und auch in anderen Branchen findet. Also, das sind Dinge, die hier zum Bitcoin gehören, aber die Blockchain findet eben auch woanders Anwendungen. Und es gibt auch in Kryptowährungen noch ganz andere Anwendungsfälle und auch Themen wie beispielsweise Smart Contracts, die perspektivisch auch woanders oder auch bei Kryptowährungen sinnvoll eingesetzt werden können, beispielsweise um sogenannte Wenn-Dann-Bedingungen zu nutzen und automatisiert auszuführen. Also beispielsweise könnte man über sogenannte Smart Contracts einen Notar irgendwo überflüssig machen, der einfach nur das Eigentum von einer Person auf die andere überschreibt, indem man eben einen sogenannten Smart Contract nutzt. Also sozusagen sehr schlanke, fälschungssichere, digitale Algorithmen. Das würde hier, wie gesagt, nochmal zu weit führen, ist auch kein Bestandteil des Bitcoins, aber das sind eben spannende Technologien, die auch andere Kryptowährungen noch mit sich bringen. Aber gehen wir jetzt tiefer in den Bitcoin rein. Erstmal natürlich die Frage, warum kaufen eigentlich gerade so viele Leute den Bitcoin oder auch über die letzten Monate? Also woher kommt dieser Optimismus bei Bitcoin-Käufern oder auch bei Bitcoin-Jünger, kann man sie wahrscheinlich auch schon fast nennen, weil wirklich viele auch sehr, ja fast schon fanatisch irgendwie an den Bitcoin glauben. Eine grundlegende These oder ein Aspekt des Glaubens ist die Limitierung des Bitcoins nach oben. Also es gibt maximal 21 Millionen Bitcoins und anders als sozusagen unsere Geldwährung, die immer wieder neu gedruckt werden kann, kann eben kein weiterer Bitcoin irgendwann erschaffen werden. Es gibt also keine Inflation in dem Bitcoin-System. Ähnlich wie auch bei Gold. Es gibt eine endliche Menge Gold auf dem Planeten, vielleicht werden noch neue Vorkommen gefunden, dann kann natürlich wieder mehr Gold geschürft werden. Aber erstmal ist das ja eine Gemeinsamkeit, die Bitcoin mit Gold hat. Diesen Vorteil kann man aber auch noch etwas kritischer sehen. Das werde ich später nochmal in der Pro und Contra Gegenüberstellung machen. Was man ebenfalls oft sieht, ist ein Vergleich des Marktvolumens von Bitcoin mit anderen Assets. Also beispielsweise mit Gold oder beispielsweise mit dem Euro-Währungsraum oder auch mit Aktien. Dazu muss ich sagen, den Vergleich mit Aktien sehe ich nicht so wirklich, weil Aktien sind real wirtschaftende Unternehmen, die einen Mehrwert schaffen und auch einen gewissen Cashflow erzielen. Also wenn wir jetzt Apple nehmen als größtes Aktienunternehmen, dann nimmt Apple erstmal einen Haufen Materialien, die alleine nichts können, packt sie zusammen, packt Software drauf und auf einmal haben wir super intelligente Smartphones. Das ist schwer zu vergleichen mit etwas wie Gold, mit einer Währung wie Euro oder einem Bitcoin. Das sind erstmal Dinge, die nicht produktiv arbeiten. Aber diesen Vergleich zu Gold oder dann zu einem Währungsraum, den kann man ja erstmal aufmachen. Bitcoin haben aktuell ein Volumen von 0,4, 0,5 Billionen Euro. Ehrlicherweise schwankt der Bitcoin so stark, dass auch das Marktvolumen ständig sozusagen anderes ist. Und wenn wir auf das Volumen von Gold gucken, dann hat Gold ein Volumen von über 10 Billionen Euro. Und der Euro-Währungsraum, also was wir an Euro-Geld sozusagen haben, liegt bei knapp 14 Billionen Euro. Und dann ist sozusagen die Argumentation, wenn der Bitcoin nur annähernd so relevant wird, wie Gold beispielsweise, vielleicht halb so relevant, dann müsste der Bitcoin auf ein Volumen von 5 Billionen Euro steigen, sich also vom heutigen Punkt nochmal verzehnfachen, weil ja auch dann die Bitcoins nach oben hin limitiert sind. Es kommen ja nur noch 10% der Bitcoins dazu und dann war es das. So und das ist sozusagen die Investmentthese, also dass man glaubt, dass das Marktvolumen von Bitcoin steigt, der Bitcoin selbst nach oben hin limitiert ist. Wenn man so ein bisschen auf die historische Entwicklung von Bitcoin schaut, dann sieht man vor allem, also dass erstmal relativ wenig passiert ist und dass dann aber Ende 2017 enorme Nachfrage nach Bitcoin bestand, der Bitcoin ziemlich ähnlich wie jetzt in enorm kurzer Zeit enorm stark gestiegen ist, dann Ende 2017 aber auch ziemlich stark wieder gecrashed ist. Da stand der Bitcoin dann mal bei 15.000 Euro, und ist dann in den folgenden Monaten bis auf 3.000, 4.000, 5.000 Euro runtergegangen. Also 80% Verlust teilweise, gerade für die Anleger, die dann zum Höchstpunkt eingestiegen sind. Ich habe auch lustigerweise mal eine Zusammenfassung für einen Mitgliederbereich von mir geschrieben, Ende 2017 zu genau dieser Phase und da unter anderem auch gesagt, alles was dort gerade passiert, sieht so aus wie eine Spekulationsblase. Also wenn das am Aktienmarkt so passieren würde, dann würden wir sagen, das ist eine Spekulationsblase. Warum? Weil wir einen enorm starken Anstieg in sehr kurzer Zeit hatten, weil wir viele Anleger da drin hatten, die nur wegen des Preises eingestiegen sind, also nur weil etwas gestiegen ist, und weil alle Tageszeitungen und Medien auf einmal über den Bitcoin berichtet haben. Und da sagt man als grobe Faustformel, wenn das bei Aktien passiert, dann ist das erstmal ein Warnzeichen. Und all diese Warnzeichen, die irgendwie auf eine Spekulationsblase schließen lassen, die waren da im Grunde erfüllt. Das habe ich dann da auch so geschrieben, und dann ist der Bitcoin tatsächlich auch ziemlich stark danach abgestürzt. Wie stark der Bitcoin abstürzt oder ob er dann wieder steigt und wie stark er steigt, all das kann ich natürlich nicht vorhersehen. Aber da gab es eben schon einige Anzeichen dafür, dass wir dort in einer Spekulationsblase gesteckt haben. Teilweise sehe ich die Anzeichen auch heute wieder, weil genau das jetzt irgendwie wieder vorkommt. Also viele kaufen, weil der Preis gestiegen ist, viele haben einen spekulativen Hintergedanken beim Einstieg in den Bitcoin und viele Medien- und Tageszeitschriften berichten heute wieder darüber. Man muss aber sagen, dass seit 2017 noch ein bisschen was passiert ist. Also damals war das Ganze noch sehr neu. Wir reden ja wirklich hier von etwas, wo 2008 das erste White Paper kam. Dann über die Folgejahre wurde das Ganze entwickelt, gecodet, wurde tatsächlich auch immer besser. 2017 hatten wir dann diese Spekulationsblase und seitdem ist die Technologie noch mal etwas reifer geworden. Und es gibt auch unterschiedliche Experten, die sich schon zu dem Bitcoin geäußert haben. Und natürlich gibt es da auch viele Experten in dieser Kryptowährungswelt und viele davon machen, glaube ich, einen guten Job. Viele davon wirken aber auch sehr überdreht, zu groß mit ihren Versprechen, konkurrieren nur darin, wer jetzt das höhere Bitcoin-Ziel festlegt. Und ich glaube, da hat man jetzt auch einen sehr undurchsichtigen Markt. So zumindest ging es mir. Ich habe hier viel recherchiert über die letzten Tage und Wochen und da stößt man wirklich auf unterschiedlichste Personen, unterschiedlichste Tipps, unterschiedlichste Vorgehensweisen. Spannend finde ich es, da auch mal auf Aussagen zu schauen von Personen oder Institutionen, die nicht direkt in dieser Bitcoin-Welt drinstecken. Zum einen hat JP Morgan sich mal dazu geäußert. Das ist auch ganz spannend, weil es gibt da eine Aussage, die ist etwa drei Jahre her vom JP Morgan-Chef, der gesagt hat, dass Bitcoin Betrug ist und dass jeder, der bei ihm mit Bitcoin handelt, gefeuert wird. Heute gibt es mittlerweile selber Paper von JP Morgan. Und unter anderem schreibt JP Morgan auch, Das langfristige Potenzial von Bitcoin ist beträchtlich, wenn sie immer mehr mit Gold um den Status als alternative Währung konkurriert, denn die Millennials, also die jungen Generationen, werden im Laufe der Zeit ein immer wichtigerer Bestandteil des Investmentmarktes. Also JP Morgan sagt hier nicht, dass es passieren wird. Auch das wird heute viel aus dem Kontext gerissen, sagt aber, dass es diese Möglichkeit gibt, also dass dieses Potenzial irgendwo da ist, was schon ein gewisser Wandel ist. Und Bill Gates hat damals auch gesagt, er findet die Technologie sehr spannend und auch wegweisend, denkt aber, dass Bitcoins noch nicht ausgereift genug sind. Warren Buffett hat auch mal gesagt, dass er nicht investiert. Das ist, glaube ich, wenig verwunderlich. Vor allem, da sich kein Wert ermitteln lässt und es sich bei Bitcoins in seinen Augen nur um Registereinträge handelt. Ähnlich denkt Warren Buffett übrigens auch über Gold. Also natürlich nicht, dass es sich da nur um Registereinträge handelt, sondern dass Gold jetzt erstmal keinen Wert erzeugt und sich davor auch kein fairer Wert ermitteln lässt. Was man dazu sieht, neben so Aussagen und vielleicht auch so einem gewissen Sinneswandel, den man jetzt bei JP Morgan feststellen kann, wobei man auch sagen muss, wenn eine Studie oder ein Paper bei JP Morgan veröffentlicht wird, dann muss es natürlich nicht zwangsweise auch die Meinung vom JP Morgan-Chef von vor drei Jahren sein, die sich geändert hat. Aber man sieht ja schon eine gewisse Tendenz und sie verstärkt sich noch ein bisschen, wenn man jetzt mal in die Wirtschaft schaut, weil auch die Akzeptanz von Bitcoin in der Wirtschaft steigt. Zum einen gibt es ja diese These, dass Bitcoin als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Das gibt es ehrlicherweise noch ziemlich wenig. Also vielleicht kennst du das aus deinem persönlichen Umfeld irgendwo, aber ich habe es noch nie wirklich irgendwo aktiv wahrgenommen. Nach alles, was ich dazu jetzt an Statistiken gesehen habe, ist, dass der Bitcoin als Zahlungsmittel noch nicht wirklich genutzt wird, nicht wirklich angekommen ist und auf jeden Fall nicht ansatzweise beispielsweise die Nutzung als Zahlungsmittel so gestiegen ist, wie der Bitcoin-Kurs sich entwickelt hätte. Aber die Akzeptanz steigt in dem Sinne, dass jetzt auch Unternehmen anfangen, teilweise ihr Cash in Bitcoin zu halten. Man muss sagen, das sind nicht viele Unternehmen, aber es sind eben erste Unternehmen und teilweise auch renommiertere Unternehmen. Und dass auch Unternehmen anfangen, Services für den Bitcoin oder Kryptowährungen gezielt anzubieten. Dazu wird übrigens auch in einer Woche eine Aktienanalyse. Hier kommt zu einem Unternehmen, das du mit Sicherheit kennst, das auch speziell in diesen Markt jetzt eingestiegen ist, als strategisches Instrument. Und ein Unternehmen, was tatsächlich eine 875-Millionen-Dollar-Wette auf Bitcoin eingegangen ist, ist MicroStrategy, ein Software-Entwicklungsunternehmen. Und die haben eben genau diese Summe in Bitcoin investiert und dadurch jetzt auch tatsächlich ziemlich profitiert in der letzten Phase. Dann ermöglicht Paypolis-Nutzern jetzt auch zukünftig, Kryptowährungen zu kaufen, zu halten und auch wieder zu verkaufen. Elon Musk, der jetzt auch interessanterweise der reichste Mensch der Welt ist und Jeff Bezos abgelöst hat, hat auch öffentlich darüber nachgedacht, Bitcoin zu kaufen, also einen Teil von Teslas Cash in Bitcoin zu stecken. Und auch das Unternehmen Square, ein Konkurrent von Paypal, hat für 50 Millionen US-Dollar Bitcoins gekauft und ermöglicht es auch schon seit längerem, in Bitcoins zu investieren über die eigene Cash-App, die es aktuell vor allem in den USA gibt. Und Square selbst ist über 100 Milliarden US-Dollar an der Börse wert und unter anderem mitgegründet vom Twitter-Gründer Jack Dorsey. Also das sind keine unbekannten Persönlichkeiten, die hier auch über den Bitcoin reden. Es gibt noch weitere Unternehmen, die dort investiert haben, aber das sind sicherlich so die interessantesten. Und das ist natürlich schon mal ganz spannend, dass die jetzt mit auf diesen Zug aufspringen. So, und jetzt kommen wir mal so in die bewertende Phase aus Anlegersicht. Also stellen wir uns mal die Frage, was ist denn jetzt ein Bitcoin überhaupt? Also wir haben gesehen, Bitcoin wurde irgendwo mit Aktien verglichen, wird teilweise mit einer Währung verglichen, wird teilweise aber auch mit Gold verglichen. Generell spricht man hier ja über Kryptowährungen. Und ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Thesen, an die man glauben kann oder nicht glauben kann, was der Bitcoin ist und was man auch für einen Wert einem Bitcoin beimisst. Und ich glaube, die größte These ist, dass der Bitcoin eine Währung ist und andere Kryptowährungen inklusive des Bitcoins Bargeld ablösen werden. Also es gibt Leute, die sagen, nein, dass die ganzen Währungssysteme, die wir haben, alle Papiergeldsysteme sind zum Scheitern verurteilt. Alle Kryptowährungen werden die Zukunft sein und Bargeld dann eben ablösen. Dann gibt es noch die These, dass Bitcoin ein Vermögensspeicher ist, wie Gold. Ja, also dass sozusagen Gold nach oben hin limitiert ist, Bitcoin ist nach oben hin limitiert und in dem Sinne ist Bitcoin einfach ein Vermögensspeicher, der nicht wie Bargeld inflationiert werden kann, durch das Drucken neues Geldes. Dann die dritte These knüpft daran an und knüpft aber auch so ein bisschen an dieses Statement von JP Morgan an. Und zwar Bitcoin ist das Gold der Millennials. Also, dass jetzt nicht alle Bitcoin als Gold sehen, aber dass vor allem junge Generationen Bitcoin wirklich wie Gold betrachten können und es für jüngere Generationen viel natürlicher ist, ein bisschen Geld in Bitcoin zu packen, als sich davon jetzt einen kleinen Goldbarren oder eine Unze Gold zu kaufen und die zu Hause in den wahrscheinlich nicht mal vorhandenen Tresor zu packen. Und die vierte These ist, der Bitcoin ist ein reines Spekulationsobjekt. Also der Bitcoin taugt weder als Währung noch als Vermögensspeicher und alle, die gerade Geld in Bitcoin stecken, spekulieren damit eigentlich nur. Ich glaube, da haben jeder tatsächlich unterschiedliche Thesen. Ich sehe vor allem Thesen 3 und 4 aktuell als gegeben. Also ich glaube, dass aktuell ein sehr hoher spekulativer Anteil im Bitcoin steckt, was nicht heißt, dass da Bitcoin zwangsweise fallen muss. Also auch durch Spekulation kann natürlich ein Asset oder eine Vermögensklasse weiter steigen, aber das birgt natürlich immer ein gewisses Risiko. Ich glaube aber auch, und diese These finde ich schon ziemlich spannend, wenn JP Morgan auch sagt, dass Bitcoin womöglich eher das Gold der Millennials ist. Also man kann ja von Bitcoin dann halten, was man will, aber solange Menschen auf den Bitcoin vertrauen und solange beispielsweise die jüngere Generation darauf vertraut, dass da Bitcoin irgendwo ein Vermögensspeicher ist und dass diese das Geld daran parken, solange wird Bitcoin auch einen Wert haben, unabhängig davon, ob ich oder du das jetzt glauben. Und ich glaube, diese beiden Thesen, die halte ich tatsächlich für realistisch. Und ob es nun zu These 2 oder 1 kommt, da bin ich noch eher skeptisch. Also gerade die These 1, dass Bitcoin jetzt wirklich oder auch Kryptowährungen generell das Bargeld ablösen werden, da sehe ich aktuell kaum Anwendungsfälle. Und da sehe ich auch Konkurrenz der Kryptowährungen untereinander noch gegeben. Also es gibt über 1000 Stück. Und wird es jetzt wirklich der Bitcoin oder ist doch eine andere Währung besser? Haben wir auf einmal nur noch Kryptowährungen? Also all das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Dann kann ich mir noch nicht wirklich vorstellen, dass sowas auch in der Praxis umgesetzt wird auf absehbare Zeit. Also dass beispielsweise Zentralbanken und Regierungen das zulassen, dass solche Währungen dann ja durchkommen und die einzig relevanten oder die relevantesten Währungen sind, weil das auch ja viele Stabilitätsfragen hat und natürlich auch viele rechtliche Fragen. Also wenn es darum geht, irgendwelche Steuergelder eigentlich haben zu wollen oder Gehälter auszuzahlen und das alles nachverfolgen zu wollen. Also da sehe ich noch ziemlich viele höheren. Aber das sind glaube ich auch irgendwo Thesen, die Leute haben oder das glaube ich nicht nur, das sind definitiv Thesen, nach denen Leute auch heute den Bitcoin kaufen und die dann natürlich von einem höheren Wert oder Preis für einen Bitcoin ausgehen. Also unterm Strich sehe ich Bitcoin noch am ehesten vergleichbar zu Gold. Wenn wir jetzt mal diesen Vergleich ziehen, dann ist es glaube ich ganz spannend, also die Unterschiede einmal zu verstehen. Der Bitcoin ist erstmal neu, was erstmal irgendwo Risiko birgt, gerade wenn wir über etwas wie einen Vermögensspeicher sprechen. Gold, da muss man sagen, dass es seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden sogar etabliert. Dann ist Bitcoin natürlich digital, Gold ist ein physisches Gut. Dann haben wir beim Bitcoin noch den Vorteil, dass über den Bitcoin auch in sehr große Summen investiert werden kann. Das ist bei Gold natürlich eher ungünstig, weil bei sehr hohen Summen muss man entsprechend hohe Lagerkapazität für die ganzen Goldbarren haben. Also tatsächlich hat Bitcoin hier bei sehr großen Summen einen Vorteil, weil es viel einfacher ist. Bitcoin hat aktuell eher einen geringeren Nutzen bei Transaktionen, also der Nutzen ist irgendwo da, einige sehen ihn auch in Zukunft, aktuell ist es aber eher gering. Bei Gold ist es im Grunde ähnlich, da ist der Nutzen dann nicht unbedingt in der Transaktion begründet, sondern eher in der industriellen Verwendung. Aber auch da spielt die industrielle Verwendung eher eine untergeordnete Rolle. Das heißt, bei beiden dominiert sozusagen erstmal diese Rolle als Vermögensspeicher. Und die Hauptzielgruppe ist dann eben nochmal eine andere in meinen Augen. Also die Hauptzielgruppe von Bitcoin sind dann eher junge und auch digital affine Menschen. Ich könnte mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass meine Großeltern sich in naher Zukunft eine Wallet einrichten, um da ihre Kryptowährung und ihre Bitcoins zu lagern und das als verlässliche Altersvorsorge oder Vermögenssicherung betrachten. Anders ist es dann wohl für jüngere Menschen. Und für eben diese ältere Generation sind dann eher noch physische Güter und dann so etwas wie Gold als Vermögensspeicher zu sehen. Und auch Regierungen oder Zentralbanken halten ja auch teilweise Gold. Also da haben wir, glaube ich, einfach auch zentral unterschiedliche Zielgruppen und auch teilweise unterschiedliche Verwendungen, unterschiedliche Vor- und Nachteile. Aber irgendwo ist schon eine gewisse Vergleichbarkeit gegeben. Beides hat erstmal nicht den Nutzen daraus, dass es irgendwie verwendet werden kann oder dass es irgendetwas Neues schafft, dass es einen großen Mehrwert jetzt produziert, beides hat erstmal den Nutzen oder den Preis daraus, dass Leute daran glauben. Und solange Leute daran glauben, den Nutzen als Wertspeicher. Dass Leute auch in Zukunft nachher an Gold glauben, davon bin ich ziemlich überzeugt, weil sich das sehr, sehr etabliert hat. Ob es beim Bitcoin der Fall ist, weiß ich nicht. Der Bitcoin hat eben noch mehr Unsicherheit und ist, glaube ich, auch deutlich schwerer zu verstehen als beispielsweise Gold. Dafür hat der Bitcoin so Vorteile wie auch für sehr große Summen bei Transaktionen, wenn die dann mal nötig sein sollten oder um einfach große Summen da zu packen, dafür auch geeignet zu sein. Bevor wir gleich darauf schauen, was sozusagen die Pro-Argumente für das Kaufen eines Bitcoins ist und was dagegen spricht und was da auch die unterschiedlichen Möglichkeiten sind, ist mir noch eins ganz wichtig, was in ganz wenigen Debatten auftaut. Also ich habe mir da wirklich sehr, sehr viel angeschaut von Büchern über Streitgespräche bis hin zu Ausarbeitungen von Krypto-Anhängern. Und was man, glaube ich, einmal verstehen muss, und das ist jetzt erstmal weder positiv noch negativ, aber der Bitcoin wird selbst, wenn er sich durchsetzt, langfristig eine reale Rendite von 0% liefern, nach den Thesen, die wir sehen. Also nehmen wir mal an, der Bitcoin ist eine Währung. Dann müssen wir den Bitcoin betrachten wie den Euro oder den US-Dollar. Und beide steigen ja nicht real. Also beide sind ja nichts, womit man irgendwie eine langfristige Wertsteigerung erzielen kann. Gegenüber dem Euro oder dem US-Dollar, die dann langfristig durch die Inflation etwa 2% im Durchschnitt an Wert verlieren, würde sich der Bitcoin quasi bei 0% halten, weil der Bitcoin ja nicht inflationiert werden kann. Ja, aber trotzdem haben wir dann eine inflationsbereinigte Rendite von 0% langfristig. Und auch wenn der Bitcoin ein Vermögensspeicher wird, dann ist ja auch das kein Grund, warum da irgendein Wertzuwachs stattfinden sollte, wie er beispielsweise bei Aktien stattfindet. Ja, dann kann es natürlich mal sein, dass der Bitcoin dann gewinnt wie Gold gewinnt, wenn es zu Krisen kommt, auch wenn das nicht immer der Fall ist. Aber dann kann der Bitcoin auch mal verlieren. Und langfristig gibt es aber keinen Grund, warum der Bitcoin dann inflationsbereinigt über 0% steigen sollte. Das heißt, wenn wir einmal dieses angeblich faire Niveau, was es nicht gibt, wenn wir dieses einmal erreichen sollten beim Bitcoin, wo auch immer das dann liegen wird, dann sollten wir davon ausgehen, dass der Bitcoin kein Instrument ist, um Rendite zu erzielen, sondern dass das beispielsweise dann immer noch der Aktienmarkt bleibt. Und dass eigentlich alles, was heute stattfindet, wenn wir über Rendite durch Bitcoin sprechen, nur auf diesen Weg bezogen sein kann, vom Bitcoin zu diesem Zustand, wo der Bitcoin dann sein faires Volumen oder sein endgültiges Volumen oder sein langfristig durchschnittliches Volumen erreicht hat. Also, das muss man, glaube ich, einfach mal verstehen, dass Rendite vor allem in dieser Transitionsphase möglich sein sollte. Und danach, wenn wir über langfristiges Anlegen sprechen, dass der Bitcoin dann inflationsbereinigt bei 0% liegen sollte, basiert auf der These, dass der Bitcoin Vermögensspeicher oder eine Währung ist. Schauen wir jetzt einmal auf die Pro-Seite, warum du in den Bitcoin investieren solltest und auch die Kontra-Seite, die dagegen spricht. Aber um die No-Gos direkt vorwegzunehmen, also du solltest den Bitcoin nicht nur wegen des Preisanstiegs kaufen, genauso wie du kein Investment der Welt nur kaufen solltest, weil es steigt. Dann gibt es auch sogenanntes Bitcoin-Trading, auch irgendwelche Trading-Systeme oder irgendwelche Trader, die da den Chart analysieren und da Einstiegspunkte und Unterstützungslinien sehen. Das hat ziemlich wenig mit der Ausgangsthese von Bitcoin zu tun. Also dieses Trading funktioniert oftmals nicht, habe ich auch schon in diesem Podcast, gerade in den ersten Podcast-Episoden darüber gesprochen, warum Trading schlecht funktioniert und das gilt nicht nur im Aktienmarkt, sondern auch im Devisenmarkt und auch in dem Kryptowährungsmarkt. Und wenn du darüber sprichst, dann hast du viel mehr psychologische Themen als diese Themen, die wir hier besprochen haben. Ich kann davon aber erstmal nur abraten, wenn du wirklich irgendwie von Bitcoin überzeugt bist, dann solltest du eben nicht auf diese Trading-Systeme gehen. Und dann gibt es auch noch viele, die sozusagen als Hauptthese haben, dass sie vom Untergang der Welt ausgehen, dass die Zentralbanken dem Untergang geweiht sind und da wäre ich prinzipiell skeptisch. Nicht, weil ich glaube, dass die Zentralbanken alles richtig machen oder prinzipiell gut sind oder dass es für immer und ewig das beste System sein muss, aber die Argumentationen sind teilweise viel zu kurz gegriffen, da ist viel Unwissenheit auch mit im Spiel, wie Zentralbanken eigentlich wirklich funktionieren und da wird immer so ein Bild erzeugt, als wären alle in der Zentralbank mit einem IQ unter 70 ausgestattet und würden wahllos auf Knöpfe drücken, was ehrlicherweise, glaube ich, nicht der Fall ist. Aber dieses Bild wird irgendwie erzeugt und damit wird dann begründet, dass man Bitcoin kaufen sollte. Ja, aber da findet irgendwie keine differenzierte Auseinandersetzung statt. Also, das mal so ein paar No-Gos vorab. Schauen wir jetzt einmal auf die Pro-Seite. Also, was spricht dafür, dass der Bitcoin auch in Zukunft irgendwie relevant sein wird und man in diesen investieren sollte? Der Bitcoin ist erstmal digital und dezentral, hat damit wirklich auch eine Neuerung, hat einen sehr sicheren Mechanismus und einfach innovative Technologien vereint. Und da sind sich wirklich durch die Bank weg im Grunde alle einig, dass die Technologien in Bitcoin ziemlich wegweisend und auch revolutionär sind. Dann dieser deflationäre Effekt oder zumindest die Limitierung nach oben. Es gibt eine klare Obergrenze an vorhandenen Bitcoins, daher ist der Bitcoin nicht inflationär. Dann haben wir im Vergleich zu dem Volumen auch anderer Währungen und Asset-Klassen natürlich noch eine recht kleine Größe des Bitcoins. Ich habe dir die Vergleiche so ein bisschen genannt, die Größenordnung. Es ist enorm schwer abzuschätzen, wo der Bitcoin landen wird. Ehrlicherweise wird das auch niemand abschätzen können. Aber hier muss man natürlich sagen, der Bitcoin ist vergleichsweise klein. Dann hat man durch den Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen zusätzliche Diversifikationsmöglichkeiten, die erstmal damit einhergehen, wenn man ein solches Asset mit in sein eigenes Depot nimmt. Und auch große Unternehmen kaufen selbst mittlerweile Bitcoins als Wertspeicher. Was zumindest zeigt, dass auch in der realen Wirtschaft etwas mehr positives Momentum dahinter steckt und es nicht nur der Kurs ist, auch wenn in meinen Augen der Kurs der realen Entwicklung deutlich voreilt. Und was gerade jetzt auch als große Chance gesehen wird, wenn institutionelle Anleger auch auf den Bitcoin aufspringen, dann könnte es bedeuten, dass nochmal viele Gelder in den Bitcoin fließen. Und wenn der Bitcoin sich als Zahlungsmittel weiter etablieren sollte, dann könnte er natürlich auch das nochmal den Bitcoin-Preis fördern. Es gibt natürlich aber auch sehr, sehr wichtige Kontrapunkte und ein paar davon habe ich ja schon angebracht. Also erstmal entsteht ein Risiko dadurch, dass wir hier einen hohen spekulativen Anteil unter Anlegern haben, die gerade in den Bitcoin investieren oder sich Bitcoins kaufen. Dann haben wir auch ein gewisses Klumpenrisiko in dem Sinne, dass viele Bitcoins gerade in wenigen Händen sind. Also basierend auf Zahlen von letztem Jahr, aber ich vermute, dass es relativ ähnlich sein wird, besitzen 10% der Bitcoin-Käufer 90% aller Bitcoins und 46 Menschen besitzen 30% aller Bitcoins. Und natürlich sind das irgendwie Risiken, wenn diese Bitcoins mal auf den Markt geworfen werden. Dann hat auch der Bitcoin Konkurrenz durch andere Kryptowährungen. Und natürlich gibt es diesen Vorteil, dass es eine Obergrenze an Bitcoins gibt. Aber ich kann ja erstmal beliebig viele Kryptowährungen daneben setzen. Gut, nun werden vielleicht irgendwelche Kenner sagen, das ist gar nicht so einfach, weil der Bitcoin aus Grund A und B und C besonders ist. Und da bin ich auch erstmal d'accord mit, dass es natürlich sein kann, dass es da technische Feinheiten gibt, die das nicht so einfach ermöglichen. Tendenziell sehe ich aber noch das Risiko, dass wir über 1000 Kryptowährungen haben und dass innerhalb dieser Kryptowährungen auch eine Konkurrenz entsteht. Eine Konkurrenz um das Vertrauen von potenziellen Anlegern und von Nutzern. Und ich weiß auch nicht, ob dann in der Praxis wirklich dann 30 Kryptowährungen genutzt werden oder ob es sich nicht auf ein, zwei oder vielleicht drei konzentriert. Das heißt, in dem Sinne gibt es auch dort eine Konkurrenz und es kann auch eine Inflation an Kryptowährungen geben und die gab es ja zuletzt auch. Dass jetzt ein neuer Rohstoff beispielsweise Gold gefunden wird, der auf einmal das bestehende Gold ablöst, das halte ich beispielsweise für sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann ist ein Risiko, dass Staaten oder Zentralbanken auch Regulierungen treffen könnten und die würden dann vor allem auch das Vertrauen erschüttern. Also ich glaube, dann würden viele davor zurückschrecken, ihr Geld in den Bitcoin zu packen, einfach weil sie vielleicht auch selber Angst haben, dass sie ihr Geld nicht wieder rausbekommen oder dass andere wiederum Angst bekommen. Und dadurch kann ganz schnell so ein Domino-Effekt eintreten, der eben auch den Preis fallen lässt. Ob das so kommt, ist spekulativ, aber ein Risiko ist es in meinen Augen definitiv. Dann haben wir eine ziemlich hohe Volatilität, also in einem Monat steigt der Bitcoin mal um 100%, dann haben wir auch schon Monate gesehen, wo der Bitcoin sich einfach mal halbiert hat. Also enorm hohe Volatilität, für wen die Aktienmärkte schon riskant sind, für den sind die Bitcoins wahrscheinlich eher nichts, weil sie dann noch mal volatiler sind. Und ein großer Kontrapunkt, den eben auch Warren Buffett angesprochen hat, es gibt einfach kein faires Bewertungsniveau. Also eine Aktie können wir irgendwo bewerten. Natürlich machen wir das auch immer nur näherungsweise und da gibt es auch Unsicherheiten. Wenn wir aber wissen, dass ein Unternehmen wie beispielsweise Apple 50 bis 60 Milliarden US-Dollar an Nettogewinn erzielt, dann ist ja völlig klar, dass Apple wertvoller ist als diese 60 Milliarden US-Dollar oder auch wahrscheinlich wertvoller als diese 600 Milliarden US-Dollar. Da wird wahrscheinlich niemand etwas gegen sagen, weil wir hier basierend auf dem zukünftigen Cashflow zumindest näherungsweise bestimmen können, wo der Aktienwert steht. Das können wir weder bei Gold und das können wir eben auch nicht bei Bitcoin. Das macht es auch so schwer, dieses Investment abzuschätzen und macht es so schwer zu sagen, wo der Bitcoin fair bewertet ist. Also sollte ein Bitcoin jetzt langfristig 5 Euro kosten, 5000 Euro oder 5 Millionen Euro, ich kann diese Frage nicht beantworten und diese Frage kann auch niemand beantworten. Es gibt eben diese näherungsweisen Ansätze darüber, dass man das Marktvolumen vergleicht, aber auch das ist sehr ungenau und auch da gibt es ja noch viele Unterschiede und auch Ungewissheiten, die hier ja hoffentlich auch rausgekommen sind. Das sind also aus meiner Sicht die wichtigsten Pro- und Kontrapunkte aus Anlegersicht und ein paar Grundsätze, die man einfach nur verstehen muss, die erstmal neutral sind, die sind hier hoffentlich auch rübergekommen. Es gibt teilweise auch Kritikpunkte aus technischer Sicht, ganz viele unterschiedliche Punkte, die würden hier jetzt zu weit führen, das sind dann so Themen wie beispielsweise die Anonymität der Bitcoins, dass du zwar nicht weißt, wem eine Wallet gehört, also die Wallet, in der eine Kryptowährung oder der Bitcoin verwahrt wird, dass du die aber sozusagen, wenn du einmal weißt, wem eine gewisse Wallet anhand einer Nummer gehört, dann kannst du quasi immer sehen, was diese Person macht oder was da reingeht und was da rausgeht und wann das passiert. Aber wie gesagt, das sind dann nochmal so technische Feinheiten. Was ist jetzt so mein Fazit als Anleger? Also ich glaube unterm Strich, niemand muss in den Bitcoin investieren. Also auch alle Anlageklassen, die wir bisher kennen, die funktionieren weiterhin und wenn man nun der Meinung ist, dass der Bitcoin die bessere Währung ist beispielsweise oder Bitcoin auch in Zukunft ein wichtiger Vermögensspeicher sein wird, dann ist es in meinen Augen auch okay, einen kleinen Anteil des Depots und mit kleinen, da denke ich eher an einen einstelligen Prozentbereich, den dem Depot beizumischen. Wenn man das Ganze versteht, wenn man auch damit konform geht, dass das Risiko höher ist und wenn man auch einkalkuliert, dass der Bitcoin auch massiv an Wert fallen kann. Wenn du sozusagen von diesen Kryptowährungen oder auch dem Bitcoin profitieren willst, dann kannst du dir einmal selbst einfach direkt Bitcoins kaufen und in deine Wallet legen. Es gibt aber auch Wege über die Börse zu investieren, also es gibt beispielsweise Zertifikate oder sogenannte ETNs, also Exchange Traded Notes, das sind im Grunde ja börsengehandelte Schuldverschreibungen, die haben nochmal Risiken in sich und in der Regel auch ein paar Kosten, also im Zweifelsfall würde ich dann eher noch die Kryptowährung oder den Bitcoin direkt kaufen und wenn du aber sagst, gut, das ist mir etwas zu spekulativ, vielleicht gibt es noch indirektere Wege, dann gibt es natürlich auch Aktien, in die du investieren kannst, die von den Bitcoin profitieren, wo man sozusagen sagen kann, wenn Kryptowährungen in Zukunft relevanter werden, dann werden tendenziell auch diese Aktien noch eher profitieren. Diese Aktien haben aber auch abseits von Bitcoin und Kryptowährungen auch ein solides und fundiertes Geschäft. Speziell solche Aktien schaue ich mir auch in den nächsten Wochen auf Strategy Invest an. Eine Aktienanalyse wird ja auch wie angekündigt hier in diesem Podcast erscheinen, aber wenn du mehr über dieses Thema wissen willst, welche Aktien wie mit dem Bitcoin zusammenhängen, dann schau gerne auf Strategy Invest nach und wenn du das Thema noch fundierter verstehen willst, auch mit anderen alternativen Anlagemöglichkeiten, also auch Gold nochmal intensiver, Immobilien beispielsweise, doch P2P Investing, das findest du alles in der Academy, in einem Deep Dive. Wenn du dir das noch nicht angeschaut hast, findest du den Link zur kostenlosen Videoserie, die vor der Academy stattfindet, in den Podcast Shownotes. Also in meinen Augen ist dieses Bitcoin-Thema super spannend, es ist glaube ich nicht ganz einfach als Anleger damit umzugehen, weil es auch nochmal ja technische Komplexität reinbringt und weil es einfach enorm rasant ist, weil wir enorme Preis- und Wertentwicklung sehen. Ich hoffe aber, dass ich das Thema für dich ein bisschen klarer machen konnte und dir hier auch so ein paar konkrete Vorteile, Nachteile, Grundsätze, Denkanstöße mit an die Hand geben konnte. Falls du dich super gut in dem Thema auskennst, schreib mir natürlich auch gerne, also ich bin dir immer wieder an Meinungen und an Feedback interessiert, schreib es mir gerne per Mail oder über Instagram, falls du sagst, an einigen Stellen hätte ich noch etwas ergänzen können oder du siehst da noch andere Punkte, die enorm wichtig sind in dieser Diskussion. Immer gerne her damit, ich greife das natürlich gerne auf und freue mich da immer sehr über den Austausch. Gut, das war's für heute. Verzeih mir bitte, falls ich etwas anders klinge als sonst. Ich bin noch etwas erkältet, aber ich hoffe, das ging alles. Also entweder liest du dann am Mittwoch von mir auf Strategy Invest, wo ich dann nochmal die Frage vertiefe, welches Asset Bitcoin wirklich ist und dann schauen wir uns eben nochmal ganz konkret Aktienunternehmen an und was diese eigens so mit Kryptowährungen machen und sonst hören wir uns spätestens in einer Woche hier im Podcast wieder, wenn wir uns mal eine ganz konkrete Aktienanalyse eben aus diesem Bereich vornehmen mit einem Unternehmen, was du sicherlich kennst und von dem du vielleicht sogar die App auf dem Smartphone hast. Vielleicht weißt du schon, um welche Aktie es geht. Sie wurde auch einmal hier genannt. Das wird in jedem Fall sehr, sehr spannend. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.